Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Immer dieses Bum Bum und Schießerei und Pfeil und Bogen und so. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Sonntagabend, 20.30 Uhr. Hier ist Nerdizismus mit den Hero Nerds. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Michael. Hallihallo, ich hatte ja letztes Mal keine Stimme mehr, nachdem wir am Dienstag geredet haben. Hatte ich wirklich zwei Tage fast, konnte ich nichts mehr sagen. Mittlerweile ist sie wieder da. Mittlerweile hat sich die Erkältung auch größtenteils verflüchtigt. Aber, nun gut, alle, die uns eben nicht zugehört haben, können nochmal gerne später im Podcast nachhören, worüber wir gerade so geredet haben. Außer, das kommt jetzt in der Podcast-Aufnahme auch nicht rüber. Nee, das ist dann in der Podcast-Aufnahme auch nicht drin. Ach, herrje. Ach, herrje. Musst du doch mal anfangen. Merde. Okay. Ganz einfach, wir haben es eben schon gesagt. Wie immer, geht auf nerdizismus.de. Schreibt uns Feedback an info at nerdizismus.de. An die WhatsApp-Adresse 01525964 7709, was ihr hier im Bildschirm seht. Oder hört, wenn ihr uns hört. Und auf nerdizismus.de mal nachlesen könnt. Und nerdizismus.de slash Discord könnt ihr alles mitdiskutieren von Star Wars, über Star Trek bis zum MCU. Wir haben über Game of Thrones geredet und werden demnächst wahrscheinlich wieder drüber reden, wenn die nächste Serie kommt. Und, 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 und. Und 24 Stunden könnt ihr uns von den letzten sieben Jahren durchhören. In eins hatte Chris eben gesagt. Deshalb seid dabei und freut euch, dass ihr mich endlich hört. Dann können wir ja loslegen. Folge 3, 4, 5, Hawkeye. Okay, ähm, ja, einiges, äh, einiges und doch irgendwie so wenig, sodass ich mir bei dieser Serie so denke, so, ach, hätte es nicht auch einen Film getan. Äh, ja, aber ich finde die Serie schon gut. Ich meine, einerseits haben wir ja dann am Ende, sagen wir mal, das ist eine Folge, die ist 40 bis 50 Minuten lang, haben wir einen 4-Stunden-Film da draus. So ungefähr. Ähm, passt ja in der Richtung. Ich finde es aber gut, weil wir auch Zeit für diese stillen Momente zum Beispiel aus Episode 4 haben, die ja wirklich mal einen Schritt zurückgegangen ist und sich mit vor allem den Kate und, äh, Clint so beschäftigt hat. Das, das fand ich sehr angenehm und für mich eigentlich noch mehr die Highlights von diesen Episoden als die Action an sich. Mhm. Aber lass uns doch mal in Folge 4 mit dieser Verfolgungsjagd einsteigen. Drei. Folge 3 mit dieser Verfolgungsjagd einsteigen. Die war ja schon nicht schlecht, also das muss man ja ganz ehrlich sagen. Äh, die wirkte nicht immer hundertprozentig überzeugend, was die CGI angeht. Da war es manchmal doch ein bisschen, ha, okay, das Auto, das, äh, okay. Aber das war einfach vom Filmischen her sehr gut gemacht. Einfach was Neues mit dieser 360-Grad-Drehung. Das war wirklich mal ein schöner, schöner Twist. Nice wäre er gewesen, wenn es davon eine VR-Version gegeben hätte und man, äh, sich's dann selbst umgucken könnte. Das wär mal schön. Hallo Marvel, macht mal, äh, eine VR-Serie. Das, das wär mal cool, ja. Wir haben ein paar VR-Sachen schon, glaub ich, rausgebracht, zumindestens. Ich glaub, für Spider-Man, war's da nicht für die PSVR? Kam da was raus? Ja, es gibt, genau. Es gibt natürlich, ähm, es gibt natürlich Experiences. Die Iron Man, da gibt's ja ein Spiel von, die Demo gab's auch. Die war ganz cool. Dann gibt's so eine Spider-Man-Experience. Die war okay, aber die kostete auch nichts. Also von daher kann man's, sag ich mal, verschmerzen, dass die nur okay war. Aber das Spider-Man-Ding war schon ziemlich geil. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also steuerungstechnisch war das ein Albtraum. Aber so vom Gefühl her war das schon ganz cool. Das muss man ganz ehrlich sagen, ja. Aber es toppt, ehrlich gesagt, nix, diese Batman-Arkham-Experience. Hm, was ich ja jetzt, wir schweifen da so ein bisschen ab, aber was ich ja total geil fand, hast du es dir reingezogen, die Matrix-Awakens-Experience? Ja, und ich war ziemlich geplättelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Vor allem von dieser Verfolgungsjagd-Szene. Das war grafisch schon, also mich bringst du mit Grafik wirklich selten noch zum Staunen. Aber in dem Fall, muss ich wirklich sagen, saß ich wirklich da vorne, ist mir zwei, dreimal doch echt die Kinnlade runtergefallen. Ja, das war sicherlich ein bisschen geskriptet und nachgeholfen etc. Aber das war schon Chapeau. Ist ja bei den meisten Zwischensequenzen und auch bei sowas wie Quicktime-Sachen, da können die Entwickler ein bisschen mehr rausholen, weil's halt nicht ganz dynamisch ist. Da kann's ein bisschen Finesse mehr rausholen. Aber die geile Sache, erstens, ich mein, wir haben die Unreal 5 Engine ja schon öfters gesehen. Nicht nur in Spielen, es wird ja auch sowas wie Mandalorian und so, wird auf Unreal gesetzt, ganz stark. Und Unreal 5 wird einfach das nächste, der nächste geile Scheiß im Spielen sein. Und ja, du hast vollkommen recht, ich bin auch nicht mehr so leicht vom Hocker zu hauen. Für mich war so der größte Sprung in der Spiele-Generation von Original-Playstation zu so Dreamcast, die Generation. Das, das war geil. Das war auf einmal, als du so ein Soul Calibur gesehen hast, warst du weggeblasen. Ja, Shenmue. Shenmue, ja, auch total geil. Aber danach kam alles so ein bisschen graduell. Ja, klar, dann hatten wir irgendwie, Playstation 4 war nett, aber das hat sich alles langsam aufgebaut. Aber was die hier jetzt rausgebracht haben, also für alle, die irgendwie eine PS5 oder eine Xbox Series X haben, werden die nicht verpasst haben mittlerweile. Aber man kann sich halt passend zum aktuellen Matrix-Film so eine Demo runterladen. Matrix Awakens heißt das Ding. Wurde mit der Unreal Engine 5 umgesetzt, die bisher noch nicht in der Art in Spielen zu sehen war. Die Entwicklerversion, das Developer-Kit kommt dafür erst nächstes Jahr überhaupt erst raus. Übrigens mit diesem ganzen Matrix Awakens-Scheiß drin. Also wenn man Developer dafür ist, kriegt man das Ganze noch umsonst da in die Hand gedrückt und gesagt, macht da jetzt irgendwas mal mit. Und was die da auf die aktuelle Konsolengeneration gebracht haben, das ist schon, ich meine, wenn ihr die Effekte im Mandalorian und so kennt, dann habt ihr dann ungefähr einen Eindruck, was das für eine Fidelity hat. Aber du sitzt manchmal echt da und damit spielen die auch am Anfang von dieser Demo, um zu sagen, was ist jetzt echt und was jetzt ist nicht echt. Die haben ein, zwei Live-Action-Sachen mit reingemischt. Ähm, aber zum Beispiel Carrie-Anne Moss, auch in der normalen Version, die ist komplett CGI. Keanu Reeves ab und zu, aber damit haben sie gespielt. Und das sieht so dermaßen realistisch aus und so krass, wenn die vor allem die Charaktere da mit reingebracht haben. Schmettern in Szenen bei den NPCs merkst du das natürlich. Aber was da so gezeigt wird, ähm, sagen wir mal so, der Otto-Normal-Nicht-Gamer wird mittlerweile da schwer haben, zu unterscheiden, was ist gerendert und was ist nicht gerendert. Absolut. So, könnten wir dann wieder zurückkommen zu Orca? Können wir, können wir, können wir. Ich öle mir auch meine Stimme zwischen. Wie sind wir denn da jetzt draufgekommen? Ach so, ja, über die Verfolgungsherde. Aber komm, lassen Sie mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Also, wir haben ja erstmal, ganz am Anfang, sehen wir ja erstmal eine kleine Backstory von Maya Lopez. Ja. Da kennen wir jetzt auch den Namen, nämlich, dass sie im Grunde genommen ja eigentlich nur so die proletarische Version von der Kate Bishop ist. Denn die hat nämlich auch sozusagen seit kleinster Kindheit drauf trainiert. Der Vater hat sie da drauf gebracht und dahin getrimmt, nämlich auch Kampfsport und so weiter und so weiter, damit sie eben als Gehörlose sich in der Welt auch dann zurechtfindet und wehren kannten. Ja, das war also im Prinzip so diese Geschichte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Kind, das sie dafür gecastet haben, das war schon sensationell passend. Ja. Das, das war super, ja, muss man sagen. Und ja, sie ist ja auch, wie die Folge der Serie heißt, Echoes. Das ist ihr quasi Superheldenname in den Comics. Und für alle, die so ein bisschen die MCU-News verfolgt haben, jedem ist dann direkt klar geworden, das ist die Serie, worum es geht. Also die werden noch eine Echo-Serie rausbringen und da geht's, wird's dann um Maya Lopez gehen. Und wer so ein bisschen sich da in dem Comic-Universum auskennt, versteht dann auch die ganzen kleinen Teases, die da mit reingebracht worden sind, wie über ihren Onkel, über den in dieser Episode oft gesprochen wurde und von dem man einmal den Anzug, die Hand im Anzug gesehen hat, mit einem kleinen Lachen dabei, wo die Herzen von Netflix-Marvel-Fans so ein bisschen in die Höhe gesprungen sind. Ist dir, hast du den Vater wieder erkannt von ihr? Den Schauspieler? Ja. Ähm, ist der, ich glaube Westworld war der auch dabei, ne? Richtig. Er ist auf jeden Fall ein ganzes Gesicht. Genau, der spielt diesen Neketeta, oder wie der Indianer-Häuptling-Host heißt, äh, in der ersten und zweiten Staffel, wenn ich mich rechtens in der dritten, ist er, glaube ich, nicht mehr dabei. Ja, genau, Zen McLarnon heißt er, ist auch witzig, äh, äh, indianische Abstammung, aber einen irischen oder schottischen oder wie auch immer britischen Namen, sehr, sehr interessant. Ähm, ja, das fand ich also schon mal ein schönes Intro und ich hasse normalerweise eigentlich diese Backstories-Geschichten, aber das ging ja auch nur fünf Minuten und dann erfahren wir am Ende aber eigentlich was ganz Essentielles, denn der gute Clint hat in seiner Rolle als Ronin bei einem Überfall auf die Trainings-Anzug-Hosen-Mafia, Trainings-Hosen-Anzug-Mafia, Trainings-Anzug-Mafia, was auch immer? Ja, können wir es auf Englisch sagen, auf Deutsch hört es sich so dermaßen lächerlich an. Nämlich aus Versehen, naja, bei Purpose, er stand halt im Weg, ihren Vater leider erstochen. Wie ärgerlich. Genau. Und, äh, deswegen ist die gute Echo eben auf der Suche nach demjenigen, der in diesem Ronin-Kostüm gesteckt hat und jetzt hat sie ja beide, äh, in einer wunderbar schönen, äh, Situation, nämlich, äh, festgebunden, wie wir sie in Folge 2 verlassen haben, an zwei Kirmesfiguren. Ja. Und dann entspinnt sich daraus eine wirklich nette Verfolgungsjagd, die zum einen erstmal so einen kleinen Gag hatte mit dem Auto, wo sie dann also diesen, diesen Mustang, glaube ich, dann da erstmal nicht nehmen, ne, weil der Clint den nicht nehmen will, weil das Auto zu gut ist. Und was eine wunderbare Anspielung davon ist, weil das Auto benutzt er in den Comics dafür. In dem Comic, auf dem das Ganze basiert. Verstehe. Das Auto wird aber dann leider trotzdem zu Schrott gefahren, weil das dann nämlich das Auto von der Echo ist. Und dann hat man eben, wie gesagt, besagte Verfolgungsjagd und die ist einfach durch diese drei permanenten 360-Grad-Spin, ist die wirklich, ähm, visuell einfach mal was Neues. Die macht wirklich Spaß. Wie gesagt, die Autos, die scheinen mir teilweise dann doch schon aus dem Rechner zu kommen. Das sieht man dann hier und da. Also ich glaube, so hundertprozentig real ist die nicht gefilmt, die Szene. Aber das tut dem Spaß keinen Abbruch, denn zusätzlich zu, äh, der guten Inszenierung kommen auch noch jede Menge Trickpfeile. Ja. Da hätten wir, glaube ich, zum einen erstmal so einen, ähm, ja, Klebstoffpfeil. Der war, war ganz nett. Dann gab es einen, gab es ja auch einen Flammenpfeil. Warte mal, jetzt muss ich gerade nochmal durchgehen, was wir da alles so hatten. Einen Saugnapfpfeil gab es doch auch noch dabei. Ja, aber der hatte ja noch einen Clou an der ganzen Geschichte, der Saugnapfpfeil. Ähm. Einen Rauchpfeil, genau. Rauchpfeil, dann diesen, den Klebstoffpfeil, genau. Und das war es nämlich, der Rauch. Jetzt, wo ich es hier gerade nochmal durchklicke, der Rauch kam leider ziemlich aus dem Rechner und das hast du leider gesehen. Das, da, da hat mich, bin ich kurz mal ausgefallen beim Rauch. Und dann gab es aber natürlich noch das Highlight, nämlich einen Pimpfeil. Ja. Ja, sehr schön. Pimp-Tag drin. Ich, äh, ich fand auch die ganze Verfolgungsjahr wunderbar inszeniert. Ähm, wir haben die, glaube ich, schon vorher mal in irgendeiner Preview zu sehen bekommen. Ich glaube, beim Disney Plus Day hat man die gesehen in so einer Preview drin. Ähm, aber sie ist durch so ein paar schöne Twists erweitert worden. Einerseits natürlich das Visuelle, was mich sehr stark in solchen Autofahrten immer wieder an die geniale One-Shot-Szene aus Children of Man, äh, wieder zurück erinnert. Das hatte für mich so ein bisschen da was in der Richtung, natürlich mit mehr Witz, äh, dabei. Und, ähm, auch der Twist, dass Clint's Hörgerät in dem Fall defekt war. In den Comics ist er zu irgendeinem Zeitpunkt auch taub geworden. Das ist die ganze Geschichte, die hier, äh, dazu kommt. Und das passt auch, äh, dann wieder, äh, wunderbar zu Echo dazu. Aber er hört die ganze Autofahrt quasi nichts. Und die müssen sich mit sich einfach nur hin und her kommunizieren, ähm, ohne, ohne, dass die sich gegenseitig verstehen. Haben aber so eine gute Chemie zueinander, dass es einfach klappt. Ja, das war, das eben auch. Und ich glaube, dieses Duo, und dann hast du ja gerade eben schon gesagt, Folge 4 wird's dann ein bisschen ruhiger. Ähm, das, das passt. Also, das muss man ganz ehrlich sagen, ne? Es hat eigentlich, haben wir, glaube ich, in der ersten zwei Folgen schon gesagt, dass es durchaus irgendwie so schnackt mit den Zweien. Aber jetzt muss man ganz ehrlich sagen, für diese, für dieses Duo kann man sich erwärmen. Und es macht wirklich Laune, denen zuzugucken. Und es wird ja dann auch nach diesem furiosen Auftakt ja auch gleich, sag ich mal, ein bisschen ruhiger. Äh, in dieser Folge. Und, ähm, man findet dann Zuflucht in einem Diner und dann entwirft, das fand ich sehr spaßig, äh, dann negate erst mal ein paar Superheldenkostüme. Ja. Wo wir auch quasi Hawkeyes richtiges Comic-Kostüm einmal anskizziert sehen. Ja, genau. Das ist halt, ja, das hatten wir ja auch bei WandaVision und auch bei Loki immer wieder noch diesen Verweis, ne? Auf, äh, auf die alten Kostüme, die dann nochmal irgendwie immer reingebracht kriegen. Das ist eigentlich immer, immer eine sehr, sehr schöne Sache. Und die Folge hört dann eigentlich damit auf, ja, dass man der Sloan Corp auf die Spur kommt, deren Geschäftsführer, uiuiuiuiuiuiui, ähm, der Jack Duquesne ist nämlich der Freund von der Mutter von Kate Bishop und der dann auch die beiden gleich am Ende bedroht mit dem Ronin-Schwert, als sie nämlich beim Einbruch in die Wohnung erwischt werden. Unser guter alter Lalo Salamanca. Mhm, mhm, mhm. Ich muss... Wann geht's da eigentlich weiter? Äh, äh, naja, äh, Bob Odenkirk hatte ja leider eine kleine Verletzung, äh, ähm, während des Drehs, hatte irgendwie, keine Ahnung, hat sich was gebrochen oder so. Und dann mussten die später weitermachen. War auch gar nicht ganz so unkritisch. War, glaub ich, im Krankenhaus deswegen, kurzfristig. Äh, dann haben sie, glaub ich, die Staffel aber jetzt zu Ende drehen können. Irgendwann im Laufe des nächsten Jahres bekommen war, die zu sehen. Okay. Dann bin ich mal... Ja. Aber ich... Ich will's eigentlich... Ich will's gar nicht sehen. Ich will's gar nicht sehen. Ich hab... Ich... Ich freu mich so sehr drauf. Ich habe Angst um Frau Wechsler. Massive Angst. Ja, aber es ist einfach die beste Serie, die aktuell läuft. Also, von allem her ist es wirklich vom Geschriebenen her und so. Egal, wir sind nicht da, wir sind vier. Wir schweifen wieder ab. Ähm, ja, wir sind... Wir sind bei der... Bei der Mutter im Haus. Und da wird erst mal über die Security-Firma auf die Informationen zugegriffen. Ähm, was natürlich äußerst praktisch ist. Äh, und großer Cliffhanger endet damit, ähm, dass ich nenn ihn jetzt weit mal... Äh, nein, Duquesne. Ihn, ähm, Clint mit seinem eigenen Ronin-Schwert auflauert. Ja. Aber, da kommt ja bestimmt noch was. Und natürlich kommt noch was, nämlich in Folge 4 geht's damit erst mal weiter. Und wir haben eine äußerst schöne, wirklich auch gut gespielte Dialogszene, die auch schön inszeniert ist, wo die sich so gegenüber sitzen. Und der Clint halt die ganze Zeit so, ey, ich kann hier gar nichts dafür. Ich war hier nur aus Versehen dabei, ja. Ähm, wirklich sehr schön gespielt. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, beim, ähm, beim, äh, wie heißt der, ähm, beim Tony Dalton, dieser Schnauzer, ne? Ähm. Ähm, der, der ist, der ist halt echt groß. Also ich würde wirklich gerne wissen, ob er sich den hat wachsen lassen oder ob der, ob der angeklebt ist, weil der ist wirklich sensationell. Der ist zu gut, der muss gewachsen sein. Ich glaube auch, ja. Also ganz, 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 ganz vorne dieser Pornobalken. Richtig gut. Ähm, ich hab, ehrlich gesagt, ähm, überlege ich die ganze Zeit, wo ich die Mutter irgendwie noch herkenne. Die Schauspielerin Vera Famiga, ich guck grad mal in ihre Filmografie und siehe da Conjuring. Conjuring, genau. Und, ähm, dann war sie noch in Godzilla 2, aber Conjuring und Annabelle, daher. Ja, das ist jetzt so das. Okay, also Horror, Horror bin ich, ja, jetzt bin ich nicht so unterwegs, muss ich sagen. Und dann spielt sie noch in Bates Motel mit. Da ist sie die Mutter von Norman Bates, aber ich hab Bates Motel noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Wurde auch abgesetzt, oder? Äh, kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich glaub, es war aber gar nicht so schlecht. Ich glaub, drei Staffeln gab's davon. Fünf, ne? Fünf. Fünfzig Episoden in fünf Staffeln. Also zehn pro Staffel. Wow, kann man vielleicht mal, wenn ich mal nicht weiß, was ich gucken soll, dann kann ich vielleicht doch mal da rein. Also da müssen wir aber schon einen ganz großen Blackout haben, dass man nicht mehr weiß, was man gucken soll. Man ist ja mittlerweile komplett überfordert, was das alles angeht. Ich werd auch nie wieder, ich bin so froh, dass ich vor ein paar Jahren die Chance genutzt hab, irgendwie vor fünf Jahren oder sowas, mir sowas wie The Wire und Co. einmal komplett durchzuschauen. Weil heutzutage hättest du gar keine Zeit mehr, die alten Klassiker zu gucken, weil einfach zu viel, meine Playlist, meine Watchlist, die wächst ins Unendliche hinein. Mich fragen immer schon alle, wann hast du Zeit dafür, das zu gucken? Ja, ich mein, ich guck ja schon mal 90 Prozent von dem noch nicht mal, was ich grad aktuell gucken möchte, weil einfach zu viel zu tun ist. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, wie es dann bei anderen ist und es wird auch einfach nicht weniger. Weiß ich, ich werd dir zu Hause auch immer genötigt, zum Beispiel mit Haus des Geldes anzufangen. Hm. Ja, ist sicherlich eine spitzen Serie, aber Witcher will ich jetzt gucken, will ja für euch auch dafür eine Folge aufnehmen. The Expanse, dann Grand Tour geht weiter, da ist eigentlich jetzt schon Weihnachten, die 14 Tage, jetzt eigentlich schon voll. Ja, nebenher läuft noch Star Trek Discovery und ja, und dann hab ich eigentlich so, dann soll ich nebenher noch was, nee, es wird, es wird schwierig, ja. Ich stehe ja in das Haus des Geldes bestimmt super ist, aber Dexter hab ich noch nicht mal eine Folge gesehen und bei Handmaid's Tale hink ich auch dramatisch hinterher. Dann soll man da denn alles gucken, so viel Content und so wenig Zeit. Wir sind grad bei Lock and Key, die zweite Staffel, weil die erste wirklich ganz unterhaltsam war, aber ja, ist auch nicht so ein Must-Watch. Hingegen, diese Serie wird für mich immer weiter zum Must-Watch, muss ich sagen, auch wenn wir hier eine sehr ruhige Episode haben, wo es um Clint und Kate zusammen geht, weil einfach ein Großteil der Episode Dialog zwischen den beiden ist, auch in ihrer eigenen persönlichen Weihnachtswelt, wo Kate dann sieht, dass Clint ganz alleine ist und ja, extra Physik quasi seine Familie zu Hause gelassen hat und sie dann ein paar Riten durchleben, die er in dieser Zeit eigentlich mit seinen Kindern durchleben wollte. Und das ist wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl in dieser Folge bis auf den Kampf am Ende ja wirklich nur aus Dialog besteht, ist es einfach nicht langweilig. Ja. Man hört beiden gerne zu, es ist ein halbwegs bedeutungsvolles Gespräch, man lernt was über die beiden, es ist unterhaltsam, es macht Laune, es sind auch ein paar gelungene und nicht so gelungene und die sind dann auch wieder gelungene One-Liner dabei und man wird einfach richtig sympathisch mit den beiden und man nimmt sich auch mal Zeit hier jetzt mal nicht so von einem Action-Piece zum anderen zu rushen. Solche Szenen hast du ein bisschen auch und da hast du dann vielleicht wieder recht mit dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich als ich sagte, ich wünschte, es wäre ein Film und keine Serie. Das sind natürlich dann Dinge, die kommen in dem Film zu kurz. Ja, klar. Du hast so eine Andeutung davon in Black Widow. Aber da ist es vom Pacing her unglücklich, da hast du immer wieder diese Gespräche, die dann immer wieder abgelöst werden von so einem Action-Piece und du denkst dir so, ja, aber das hätte man jetzt auch zweimal weniger machen können. Also den Film mal locker um eine halbe Stunde kürzen, eine Action-Sache raus, ein Gespräch raus. Hier ist es ja ehrlich gesagt nicht so und allein schon für diese kleine Münz-Schnipp-Szene war es das Ganze ja wert. Ja. Die ja dann später auch nochmal wichtiger wird. Genau, es wird später alles nochmal wichtig und es ist hier auch wirklich nichts verschwendet und das finde ich das Schöne. Für mich ist aufgrund dieser Episode alleine bisher weiterhin Hawkeye das Highlight in diesen MCU-Serien, weil dieses, ich liebe einfach dieses Bodenständige, dieses Gemeinschaftliche, was die da drin haben. Ich mag auch den anderen Scheiß, ich mag auch das Fantastische, was wir bei WandaVision haben oder so. Aber ich glaube vom Wiedersehenswert, haben wir letztes Mal schon gesagt, wäre diese Serie höher bei mir als alles andere. Weil sie kurzweilig ist, weil sie Spaß macht und weil man ehrlich gesagt, ja, es werden Sachen reingeschmissen wie der Onkel von ihr und so. Aber letztendlich für den Otto-Normal-Zuschauer ist das in dem Fall eigentlich irrelevant, solange er sich so ein bisschen mit Hawkeye auskennt aus den Avengers-Sachen und so, kommt man hier gut klar, weil nicht allzu viel auf Wissen vorher benötigt wird. Und dann gibt es solche ruhigeren Episoden, wo man es einfach genießen kann bis hin zum Ende, wo es dann wieder ein klein wenig mehr Action gibt. Das heißt, man sollte an der Stelle aber schon Black Widow gesehen haben, denn sonst lässt einen das Ende der vierten Folge etwas ratlos zurück. Denn man sollte schon wissen, wer die Jelena Bello war, gespielt von Florence Pugh, ist nämlich die Schwester von, mein Gott, Natascha Romanov und die neue Black Widow. Die haben wir zum letzten Mal gesehen im Black Widow Film und dort wurde sie in der Post-Credit-Scene, das war doch im Film in der Post-Credit-Scene, angeworben von, ja, den Namen kennen wir noch nicht ganz genau, von einer Dame gespielt von Reap, Michelle Dreifuß, die, ich glaube, Baroness, der Hau mich tot, wir hatten es im. Unserem Forken-Podcast, geht da nochmal zurück, da hatten wir den Namen. Und die gehört jetzt anscheinend zu einer Organisation, wo vielleicht auch hier unser schlecht gelaunter Pseudo-Captain America dazugehört und vielleicht noch ein paar andere. Das ist noch nicht so ganz raus, aber sie ist auf der Suche nach, ja, was sucht sie denn eigentlich, ja, sie wurde angeheuert, richtig, das erfahren wir dann in Folge 5. Sie wurde nämlich angesetzt auf Clint, denn der ist ja laut ihrer Wahrnehmung oder auch derjenige, der sie angeteilt hat, verantwortlich für den Tod von Natascha Romanov. Was ja so, naja, Auslegungssache. Ja, er ist ja der Einzige, der in irgendeiner Art und Weise davon berichten kann. Und wir haben ja auch nicht wirklich mitbekommen, wie er davon berichtet hat. Selbst in Rogers, das Musical oder sowas, wird es nicht angedeutet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganze Welt weiß, dass sie sich geopfert hat, weil sie den Seelenstein brauchte, sowas in der Richtung. Also wahrscheinlich sind die Umstände ihres Todes weiterhin sehr mysteriös für den Rest der Welt und sie wird einfach nur als Heldin gefeiert. Und das ist natürlich der Vorteil von der Unterwelt und jetzt der Nachteil von Jelena, dass man gut Clint den Tod in die Schuhe schieben kann. Jelena aka Black Widow ist eine erwachte Black Widow oder eine erwachte Widow. Das ist ein Handlungsstrang, der dann im Cold Open der fünften Folge auch wieder aufgenommen wird. Nämlich man sieht die Jelena, wie sie nach und nach einzelne Widows wieder zurückholt und ihr Brainwash sozusagen zurücksetzt mit so einer roten Substanz, die wir auch schon im Black Widow Film kennengelernt haben. Und es ist wieder mal ein Charakter, was auch sehr interessant ist, denn so haben wir es auch nicht gesehen. Nämlich mal aus der Sicht jemand, der weggeschnipst wurde, der weggeblippt wurde. Ja, großartige Szene. Ist gerade dabei oder hat eine Black Widow umgedreht, beziehungsweise die war schon nicht umgedreht, aber das tut in der Stelle eigentlich gar nichts zur Sache. Und sie geht kurz auf Toilette und als sie zurückkommt, sind fünf Jahre rum. Ja, und wir haben ja bisher, also wir haben diesen, den Blip gesehen in, aktiv eigentlich nur in den Szenen von Infinity War, wie sie weggeschnipst worden sind. In Homecoming, Spider-Man Homecoming, nee, Far From Home, wo sie zurückgekommen sind. Einmal kurz in WandaVision, als Monica Rambeau zurückgekommen ist. Aber aus der Sicht direkt, wie wir es jetzt hier sehen, aus Jelenas Sicht, haben wir es noch nicht mitbekommen. Und das ist ja wirklich aus ihrer Ich-Perspektive. Alle anderen haben gesehen, wie sie sich auflöst. Und für sie ist es, dass die Realität sich wieder anpasst zu dem, was jetzt in fünf Jahren passiert ist. Was auch noch ein bisschen ein Hinweis darauf ist, zumindestens, dass sie nicht einfach nur getötet worden sind, sondern irgendwie in eine andere Dimension oder irgendwas anderes versetzt worden sein müssen. Dass für sie die Realität sich wieder nach, also weil sie ist ja aus ihrer Sicht nicht gestorben. Sie ist nur von einem Zustand in den nächsten übergegangen. Also von einer Nicht-Existenz in die Existenz wieder rein. Was eigentlich schon sehr spannend ist, wo man sich fragen kann, was hat der, was hat der in der, der Handschuhe mit denen gemacht? Was hat der Schnipser mit denen genau gemacht? Wo waren die in dieser Zeit? Wo waren die zwischengespeichert quasi? Vielleicht eine Frage, die wir in Doctor Strange und dem Multiverse of Madness gelöst bekommen. Oder zumindest weitere Infos dazu, könnte ich mir gut vorstellen. Aber das war wirklich mal interessant. Ich habe es doch erst gar nicht so gecheckt. Das ging ja auch sehr schnell. Weil sie ja eben direkt aus dem, du siehst ja jetzt nicht, wie stundenlang die Asche da wegschwebt. Sondern es ist ja wirklich, sie guckt, Asche, wupp und sofort geht es wieder zurück in den Effekt. Das war also auch mal an der Stelle wirklich mal eine neue Sache. Und dann geht es also auch schon los. Das heißt, wir erfahren, sie war weggebliebt. Sie ist wieder da. Dann wird sehr, 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 sehr viel Exposition reingeknallt in diese Folge. Denn jetzt müssen sich erst mal alle Charakter auf den gegenseitigen neuesten Stand bringen. Und da gibt es ja dann nämlich einiges. Also es gibt erst mal eine Aussprache. Naja, vielleicht eher ein Aushorchen der Mutter von Kate und Kate. Da glaube ich ja immer noch, dass die Dreck am Stecken hat. Muss die. Ja, ich meine, beweist das Foto am Ende ja auch in Art und Weise. Ja, genau. Und die Art und Weise, wie sie ihre Tochter ja dann auch so ein bisschen aushorcht. Was weißt du eigentlich und in welche Richtung läuft das Ganze hier, ist ja dann schon ziemlich eindeutig. Und dann bekommen wir eine neue Info, nämlich zwischen Echo und ihrem, ja weiß ich gar nicht, ist das ihr Freund, wie heißt der Ivan? Eher so ihr Berater, ne? Ihr Berater, Ivan ist ja nicht, wie heißt der? Kiss. Genau, ja. Erinnert mich auch so ein bisschen an einen von den Stark-Brüdern. Total, total. Ich hatte auch so einen Jon Snow im Blick, wo ich ihn angeschaut habe. Irgendwie so Jon Snow. Kazi heißt er genau. Kazi, genau. Frey Fee, ein irischer Schauspieler. Den kennt man vor allem, wie mir Wikipedia sagt, aus, oh Gott, ich bin mit den Namen bei Le Miserable nicht so ganz drin. Kur-Ferak, 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 gibt es diesen Charakter in Le Miserable? Ja, ansonsten hat er eigentlich nur ein Musical bisher gemacht, Le Miserable und Cinderella. Okay. Okay. Aber da hatte ich auch so ein bisschen so ein, okay, dann war ich nicht der Einzige, dem das an der Stelle so ging. Und der hat auch noch ein bisschen Dreck am Stecken, denn er scheint ein Verräter zu sein. Nämlich in besagter Szene, in der der Ronan den Vater von Echo tötet, scheint er wohl derjenige gewesen zu sein, der den Tipp gegeben hat, dort doch vielleicht mal vorbeizuschauen. Denn später stellt sich raus, dass auf die klassische Frage, sag mal, wo warst du eigentlich an dem Abend, seine Ausrede jetzt nicht so dolle und wasserfest ist. Mhm. Ob er einen Tipp gegeben hat, ob er einen Tipp bekommen hat oder was da am Ende los war, ist die Frage. Weil es hört sich ja so ein bisschen so an, als wäre zumindestens Hawkeye in seiner Ronan-Version von unserem großen Bösewicht in dieser Serie angeheuert oder zumindestens auch hinters Licht geführt worden. Ähm, gehen wir mal auf den Elefanten im Raum ein. Vincent D'Onofrio ist zurück, wir haben den Kingpin, der Wilson Fisk, der wieder da ist und was uns beschädigt so ein bisschen, ja, zumindestens in der Art und Weise sind die Netflix-Serien am Ende doch Kanon, MCU-Kanon. Was ziemlich geil ist, weil zumindestens Daredevil und Jessica Jones sind so dermaßen gut und haben ein so gutes Casting, dass es eine Schande gewesen wäre, die nicht wieder aufzugreifen. Und Vincent D'Onofrio hat vor der, ähm, bevor die Serie gestartet ist, auch einen ominösen Tweet rausgesetzt, wo es so ein bisschen angedeutet war. Man hat in Folge 3, wie gesagt, da hat man genau hinschauen müssen, hat man in der Szene mit der jungen Echo, mit der jungen Maya, den Onkel gesehen, im Anzug mit der Hand und dem Lachen. Und für mich war es genau, äh, das, das Kingpin, das Wilson Fisk-Lachen, wie man es aus Daredevil, äh, gekannt hat und jetzt muss man sich natürlich entsprechend fragen, äh, was ist da passiert? Also die ganzen Andeutungen, äh, sind für mich, Wilson Fisk hat, äh, mit Hawkeye gespielt in seiner Rodan-Persönlichkeit, äh, äh, Persönlichkeit und hat ihn für sich genutzt. Ähm, wenn wir uns das letzte Mal an Wilson Fisk zurückerinnern, in der, ich glaub, es war die dritte Staffel, Daredevil, was war mit ihm passiert? Ähm, Matt Murdock, also Daredevil und er hatten am Ende einen Endkampf und das Resultat aus diesem Endkampf war, ähm, dass Matt ihn ein, ähm, ja, ein, vor die Wahl gestellt hat. Äh, entweder zieht er sich zurück ins Gefängnis, macht keinen Scheiß mehr, tut keinem mehr weh, ähm, oder Matt geht hinter Vanessa her, bringt sie ins Gefängnis und tut ihr so einiges an. Äh, worauf Wilson, für den Vanessa eine der großen Motivationen in dieser Serie war, natürlich darauf eingegangen ist. Ich, meine, ganz persönliche Theorie ist, wenn die weiterhin viel daraus als Kanon benutzen, ist, äh, Matt zu Staub geworden in den fünf Jahren, der Kingpin nicht, hat das Chaos des Blitz genutzt, um aus dem Gefängnis wieder rauszukommen. Und, aber um vorsichtig zu sein, ist er genau wie in der ersten Staffel Daredevil total in den Hintergrund zurückgegangen und hat die Fäden, äh, von, aus den Schatten hergezogen. In der ersten Staffel haben wir ja, in der ersten Staffel Daredevil haben wir ja bis zur Folge fünf oder sechs wurde ja noch nicht mal sein Name ausgesprochen, weil er so ominös war. Äh, äh, für mich ist das jetzt das Gleiche. Er ist genau wieder zurück in den Schatten gegangen, sei es aus Angst, äh, von der Rache von Matt, äh, sei es daraus, dass einfach alles, was er gemacht hat in Staffeln zwei und äh, drei zu öffentlich war, was, äh, was passiert ist. Und deshalb ist er jetzt wieder in der Variante hier, wo er vielleicht sogar gesagt hat, jetzt kann ich einen Avenger für mich nutzen, um mal ein bisschen das Haus aufzuräumen in irgendeiner Art und Weise. Und deshalb musste Majas Vater und die, ähm, die, die Oberen der Drecksuit-Mafia erstmal draufgehen. Also es würde auch komplett zur Vorgehensweise des Kingpins passen, nämlich genau wie du gesagt hast, äh, das war ja exakt so die Vorgehensweise eben in Daredevil gerade am Anfang andere für sich die Drecksarbeit machen zu lassen und sich selber die Hände, die schmutzig, das ist natürlich jetzt nichts Neues. Aber, ähm, ich fand, dass, äh, die Figur des Kingpins, also wirklich hier, das nochmal auf ein neues Level gehoben hat. Also das, das Ausspielen von Menschen gegeneinander und Einsetzen in dem eigenen Sinne war da nochmal auf, das war schon ganz großes, super, böse Wichtenniveau, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, definitiv. Und gerade in der dritten Staffel, wo ja dieser Bullseiferschnitt, ähm, da war oder der Typ, der zum Bullseiferschnitt wird quasi in den Comics, äh, wo der ja die ganze Staffel komplett manipuliert wurde von Fisk, äh, gegen, äh, gegen Matt und Co. zu arbeiten. Und das, hier passiert es genau, gefühlt wieder das Gleiche, vor allen Dingen für Maya, ähm, die in den Comics auch eine ganz starke Verbindung, äh, zum, ähm, zum Kingpin haben. Äh, äh, was ich hier spannend fand, ich glaub, der Begriff Kingpin ist in der Daredevil-Serie nur vielleicht einmal in so einem Nebensatz gefallen. Ansonsten war's immer Wilson Fisk. In den Comics ist er aber der Kingpin und Hawkeye nennt ihn auch Kingpin. Vielleicht hat er nach dem Blip genau diese Rolle für sich eingenommen, um nicht als Wilson Fisk, äh, direkt enttarnt zu werden. Und wenn ich mich recht entsinne, ist der Kingpin-Gag im Deutschen auch untergegangen, weil ich meine mich zu erinnern, dass Matt Murdock halt sagte, also im Sinne von, das ist halt die Königsfigur, the Kingpin, ja, ähm, also praktisch das nicht als Name, sondern nur als Analogie, er ist halt der Oberbösewicht, der steckt hinter allem. Und das geht natürlich, äh, im Deutschen ist das, glaub ich, ein bisschen untergegangen, deswegen kam das in der deutschen Synchro so ein bisschen als Eigenname rüber, wohingegen das im englischen Original eher als Bezeichnung bewusst eingesetzt war. Wie sie's ja so oft machen mit irgendwelchen, war das nicht beim Martian Manhunter auch? Wer bist du? Ich bin ein Martian Manhunter, glaub ich. Ja, kann gut sein. Aber ich glaube, da war das, da war das, glaub ich, auch so, also es ist ja öfter so, dass in diesen Realverfilmungen die allzu lächerlichen Namen, äh, dann eben doch nur umschrieben werden, ja, und, äh, manche dann eben den Namen nicht kriegt. Genau, die Verzwickungen, die sich durch das Ganze hier ergeben, was wir in Phase 4 bisher erlebt haben. Also wir wissen ja, dass Jelena von der, ich hab sie hier wieder, Contessa Valentina Allegra de Fontaine von Julie-Louis Dreyfus angeheuert wurde. Julia Dreyfus, genau. Genau, Dreyfus um, ähm, um, ja, äh, ne, ihr wurde eigentlich nur gezeigt, der hat dein, äh, der, äh, hat deine Schwester getötet. Ähm, sie hat ja auch dann am Ende unseren bösen Captain America quasi angeheuert, ähm, in, in Falcon and the Winter Soldier, äh, aber jetzt ist die Frage, Jelena sagt ja auch ganz klar, sie wurde beauftragt von, von irgendwem. Und sie musste ein bisschen forschen, wenn es dann, äh, äh, de Fontaine gewesen ist, äh, Valentina, die sie angedeuert hat, dann musste sie ja durchaus weiterhin noch forschen. Und wir haben ja bisher immer so ein bisschen gemutmaßt, ähm, dass dahinter der General, ich hab jetzt seinen Namen nicht mehr im Kopf, äh, einer der Generals aus dem MCU dahinter hängt, der auf The Raft dieses, äh, ähm, Gefängnis macht, um seinen eigenen quasi die Suicide Squad vom MCU zu machen. Die Dark Avengers so ungefähr, äh, aber es sieht so ein bisschen so aus, ähm, als würde vielleicht doch hier, und was würde dazu passen, auch, auch Fisk dahinter stecken. Und sich sein eigenes Anti-Heldenteam zusammen, äh, stellen. Was ja natürlich auch ziemlich geil wäre. Und ich bin so ein, ich kann es nur noch betonen, ich bin so ein großer Fan von Vincent D'Onofrio in dieser Rolle. Der ist für mich, äh, vergiss Tom Hiddleston, vergiss alle anderen, wenn er Kanon ist im MCU, ist er für mich der beste Bösewicht, den es hier gibt. Weil so charmant und abgrund, äh, tief, äh, verrottet, aber dafür auch menschlich, äh, in dieser Grauzone ist kein anderer Bösewicht bisher gewesen wie Wilson Fisk. Und von der Motivation her auch nachvollziehbar. Ja. Vielleicht gar nicht mal so sehr plot-wise, aber vom Schauspiel her. Weil eben auch, ähm, Wilson Fisk so viel Zeit im Daredevil-Universum eingeräumt wird, lernen wir ihn halt auch ganz viele Facetten kennen. Also der ist nicht einfach nur wie Blofeld, der irgendwo sitzt, so eine Katze streichelt und sich dann umdreht und sagt, ja, was, Mr. Bond, und sonst wissen wir nichts über ihn. Gut, jetzt, wo wir mehr über ihn wissen, würden wir uns wünschen, wir würden nicht mehr über ihn wissen. Ähm, aber ich, es ist halt eben schon so, dass wir, es gibt, glaube ich, ganze Folgen, wo wir mehr oder weniger nur seinem Alltag folgen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, vielleicht nicht eine Folge am Stück, aber auf jeden Fall große Teile einer Folge. Und dadurch, dass er ja, ähm, nicht nur in dem Daredevil ist, sondern auch teilweise ja in den Überschneidungen mit Luke Cage und ein bisschen Jessica Jones und so weiter und diese Omnipräsenz so hat, ist es zwar irgendwo ein bisschen komisch, dass er eigentlich nur so der Kingpin in dem einen Teil von New York ist, ja. Aber, ähm, vielleicht hat er ja jetzt eine Möglichkeit gefunden, sozusagen sein Geschäftsmodell etwas zu expandieren. Ja, und seine, eine große Motivation für ihn war ja, gerade in dieses Geschäft einzutreten und seine Unterwelt aufzubauen, war New York wieder aufzubauen, Manhattan wieder aufzubauen, nachdem, was 2012 passiert ist. Was ja auch wunderbar wieder in die, ähm, Zeitlinie von Hawkeye reinpasst, weil wir einfach den Angriff auf New York hatten von den Chitauri und er das für sich die Situation in der Netflix-Serie genutzt hat, um sein Imperium aufzubauen, um seiner Stadt zu nützen. Ich meine, das, das Gute an einem guten Bösewicht ist ja, dass er sich selber nicht als Bösewicht sieht. Für sich ist er ja in seiner Welt der Held und der, äh, derjenige, der alles rechtfertigen kann, warum er diese Handlungen, Handlungen durchführt. Und was hat man Besseres, als dass er seine Stadt liebt und dass er seine Stadt wieder aufbauen will? Und jetzt vielleicht nach dem, was hier passiert ist, äh, wer weiß, vielleicht hat er ja etwas, dass er die Welt wieder aufbauen will und so ein bisschen ein Anti-Tony Stark ist und auch ein Schutzschild um die Welt, um sein Imperium hinauf aufbauen möchte. An der Stelle war natürlich auch schön, als Clint vor dieser Plakette steht, ähm, dem New York City Historical Cultural Monument Nummer 325, wie die Plakette uns verrät. Ähm, und, äh, dort ist dann auch das Avenger-Logos drauf und an dieser, on this side, in 2012, during the Battle of New York, the Avengers first assembled. Steve Rogers, Tony Stark, Thor Odinson, Bruce Banner, Natascha Romanoff und Clint Barton. Ich hätte es ja wenigstens, äh, in Alphabetic Order gemacht, ja, aber hier ist es so ein bisschen in Order of Appearance, glaube ich. Nee, dann wäre, ja, ja, doch, ist das die Film-Order? Nee, dann wäre ja Tony Stark zuerst, aber in der chronologischen Order ist es dann eigentlich doch Steve Rogers, dann Tony Stark. Steve Rogers ist halt der Anführung der Avengers gewesen. Ganz einfach. Hat sich so ein bisschen mit Tony die Rolle geteilt, was im Civil War auch, aber das moralische Center der Avengers war immer Steve. Der war derjenige, der, äh, sie in die richtige Richtung geführt hat. Und ja, eine, eine exzellente Szene, äh, die hätte für mich noch länger gehen können, aber wo man nochmal den ganzen Schmerz und alle Pein fühlt, äh, die Clint in den letzten Jahren und vor allem Dingen durch den, äh, Tod von Natascha durchleiden musste. Wie, wie, wie er gequält ist durch erstens alles, was er als Ronin getan hat und alles, was er nicht tun konnte für sie, um sie zu retten. Ja, allerdings. Und man hat sich, äh, man ist der Versuchung nicht erlegen, das Ganze noch irgendwie mit cheesiger, äh, Rückblendemusik oder so zu, äh, untermauern, sondern man hat einfach mit dieser Plakette gemacht und fertig. Also das war, das war schon wirklich sehr, sehr nice. Er hat ja auch wieder von seinem, äh, äh, er hat ja sein Hörgerät abgestellt. Das hat ja wunderbar dazu gepasst, auch als stilistisches Mittel alles einfach ruhig zu haben und ihn, den Fokus auf ihn zu haben und was er fühlt und die ganze schauspielerische Fähigkeit, ähm, von ihm rauszubringen. Ja, also, es macht einfach, und, und das ist ja das, was wir ja durchaus immer wieder so ein bisschen, was heißt, bemängelt haben, aber er war halt so, das war so das Anhängsel bei den Avengers in den Filmen, ne? Und man wusste nicht viel über ihn, er hatte eigentlich halt gut als einziger seine Familie und versucht irgendwie ein normales Leben zu machen, aber viel mehr hat man eigentlich auch so gar nicht über ihn gewusst und von daher macht es ja jetzt Spaß, ihm zu folgen. Ja, übrigens, wo du jetzt gerade von seiner Familie sprichst, ähm, seine Frau, das könnte in der Tat auch nochmal interessant werden, ähm, von, von Linda Cardinelli dargestellt, die Laura Barton, die hatte bisher ja auch nicht viel zu tun. Aber alles, was sich in dieser Serie so ein bisschen andeutet, ist ja, dass sie zumindestens irgendeine Rolle in dieser ganzen Agentenwelt, äh, in dieser, äh, Schattenwelt hinter sich hatte und Clint wohl auch dabei geholfen hat, ähm, ja, bodenständiger zu bleiben und ihm eine Familie am Ende, äh, äh, geschenkt hat und Familien zusammenleben, was ihn dahin gebracht hat, wo er, wo er heute ist. Und sie scheint nicht ganz, ähm, ja, unschuldig zu sein. Es wird vermutet, es wird so ein bisschen vermutet, äh, dass sie, ähm, vielleicht die Heldin Mockingbird sein könnte, die ja in Agents of S.H.I.E.L.D. schon vorgekommen ist, aber Agents of S.H.I.E.L.D. ist ja mehr oder weniger nicht mehr richtig, äh, Kanon, äh, deshalb. Und Mockingbird ist als, ähm, äh, 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 als Name da auch nie gefallen für die Bobby, Bobby irgendwas. Ich komm jetzt nicht mehr auf ihren Namen. Deshalb ist so ein bisschen die Vermutung, dass sie, äh, da diese Rolle dahinter stecken könnte. Das heißt aber jetzt nicht, dass der Spott-Türpel aus den Hunger Games da jetzt auch noch irgendwie ein MCO drin ist. Nein, 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 nein. Äh, äh, ich kann nicht genau was davon sagen. Ich kenn's halt auch wirklich nur aus den, aus den Fan-Theorien und von dem, was ich in Agents of S.H.I.E.L.D. gesehen hab. Ja, das, das war's, was dann auch. Dann wird in einer Szene, wenn mir der Trainingshosen-Mafia folgt, ähm, fahren die ja diese Trucks, äh, Need-a-Hand-Bro steht da drauf. Dann ist da auch eine, eine, äh, eine URL drin, ähm, uhaultruckparts.com. Dann hab ich die mal geguckt, aber, nee, die war so prominent im Bild, dass ich dachte, komm, da muss doch irgendwas drauf sein, aber nee, ist leider echt nix drauf. Allerdings gehört die Domain wirklich, äh, uhaul, ähm, und uhaul ist in den USA einer der größten, ähm, ich glaube, Autovermietung, also für so, da, da mietest du praktisch, wenn du umziehst, mietest du da deinen Truck. Also, jetzt ist, die sind überall, uhaul, und, äh, ja, aber die Domain, da ist kein, ist die, gehört denen, aber da ist nix drauf. Und ich dachte, eigentlich, wenn die so prominent im Bild ist, dann ist doch da bestimmt noch irgendwie so ein Easter Egg drauf, aber, nee, leider nicht. Wobei, ich könnte nochmal in den Quelltext eben gucken, nee, ist nix, ist nix drauf. Schade, schade, wäre jetzt nochmal, äh, wäre jetzt ein Matrix, äh, Matrix-Ding, wäre was drin gewesen, ja. Wahrscheinlich. Ähm, auch schön, noch in dieser Folge zu erwähnen, ähm, die Szene zwischen Kate und Jelena, ganz, ganz großes Kino in Kates alter, verbrannter Wohnung, als sie da zurückgekommen ist, lauert ihr quasi Jelena schon auf, und hier merkt man einfach die Leinwandpersönlichkeiten von Hallie Steinfeld und Florence Pugh. Erstens haben wir eine wunderbare Chemie zueinander, und andererseits, das ist auch im Black Widow-Film so krass rübergekommen, was für ein, ja, was für eine unglaublich starke Leinwandpersönlichkeit und Charakter Florence Pugh einfach damit reinbringt. Das ist so, so krass, wie die einfach die ganze Szene für sich einnimmt, äh, bin absolut, äh, nicht, nicht, bin spätestens seitdem hier jetzt ein riesen Fan von ihr als Schauspielerin, weil das beeindruckt einfach. Ja, die Szene hat mir auch sehr gefallen, mich hat, ähm, die, äh, Kate Bishop, so, also die Schauspieler ein bisschen, also, so, so, wie sie reagiert hat, hat sie ein bisschen so Jessica-Jones-Vibes gehabt, ja, so, wer bist denn du hier, was, was willst du hier, ja, und jetzt, ja, ähm, das war, war, war wirklich sehr, sehr nett anzusehen, und, ja, ich, ich bin vollkommen, vollkommen bei dir, man muss, ähm, Florence Pugh da wirklich zugutehalten, dass sie nicht nur gut aussieht, sondern auch, äh, schauspielern kann, und, ähm, ich glaube, wir werden von dieser Dame im Filmbusiness noch sehr viel hören, ich glaube, das ist gerade da, der Anfang einer großen Karriere, ganz ehrlich, ich glaube, da kommt noch eine Menge von der. Ja, ich finde es lustig, ich weiß, ich habe es wahrscheinlich schon mal erzählt, ich bin mir nicht mehr sicher, sie ist ja die Freundin, die Freundin von Zach Braff, ähm, von dem Scrubs Hauptdarsteller, und, äh, äh, Zach Braff hat ja seinen Podcast, ähm, über Scrubs, und da kommt sie zwischendurch mal vor, äh, holen die die manchmal rein, und hat man sie auch immer mal wieder reden gehört, und ich kannte sie vorher eigentlich nur dadurch, und erst später ist mir durch Black Widow klar geworden, dass sie überhaupt eine Schauspielerin ist, die man ja irgendwie, äh, äh, kennt, und mittlerweile auch, äh, extrem groß geworden ist, was ich immer wieder amüsant finde, wenn sie dann in den, äh, Fake Doctors Real Friends, äh, Podcast mal mit reingeholt wird. Hm, im Chat wird gerade geschrieben, das Gespräch der beiden, schreibt der Stefan, hat mich total an das Dinnergespräch aus Heat erinnert, ähm, ja, da ist, da ist absolut was dran, es ist, es gibt einige Szenen, die einen so ein bisschen dran erinnern, aber das, ja, was soll ich sagen, diese, 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 diese ganzen, also ich freue mich einfach, dass es hier noch Drehbuchschreiber gibt, die in der Lage sind, interessante Dialoge jenseits von Glückskekslogik zu schreiben, ähm, die einen auch wirklich weiterbringen, und ihr, liebe Hörer, wisst das, Expositionsbomben, ähm, werde, kennzeichne ich eigentlich immer als solche, und natürlich sind es hier auch welche, aber sie fügen sich relativ natürlich in die Story ein, und sie bringen es dann auch im Grunde genommen teilweise entscheidend halt auch weiter, das muss man halt ganz ehrlich sagen, und es ist auch dann immer kurzweilig geschrieben, weil die Schauspieler halt auch gut sind, ja, die sitzen, es ist gut inszeniert, es sind keine Kameras, die sinnlos sich um die eigene Achsen drehen, die permanent wackeln oder sonst irgendwas, ja, sondern hier ist ganz, es ist also inszenatorisch, bis auf diese 360 Grad Geschichte ist es wirklich ganz solide, aber, ähm, das ist ja auch gut, weil dann lenkt es nämlich nicht von dem eigentlichen Handlungsstrang ab, und es lenkt nicht von den Dialogen ab, und es lenkt nicht von den Charactern ab, weil du davon auch gar nicht abgelenkt sein willst, weil es ja eben, die haben ja was zu sagen, und die haben auch was zu tun, und das musst du nicht mit einer tönlicher Optik irgendwie überschütten, um davon abzulenken, dass da eigentlich nichts ist, und deswegen ist es auch eine extremst ruhige, also selbst die Action-Szenen sind relativ, also sind sehr konservativ gefilmt, was ich gut finde, weil du weißt immer, wer, wo, wann, gegen wen kämpft, ja, ähm, finde ich toll, sehr angenehm, sehr angenehm. Ich, ich hab mir, werde ich gleich im Spider-Man-Podcast auch nochmal sagen. Übrigens an der Stelle nochmal ganz kurz nochmal, ne, dranbleiben, nach einer kurzen Pause geht's weiter, für alle, die später eingeschaltet haben, mit einem Spider-Man-Spoiler-Talk, und da könnt ihr den Michael dann aber, also da, so ein Gesicht, wie das der Michael machen wird, das werdet ihr nie wieder sehen, vorher nicht und hinterher nicht. Ich hab mir passend zu dem Film, bin ich da nochmal reingegangen und hab zumindest mit dem ersten Spider-Man nochmal angefangen, ich hab's nicht geschafft, vorher nochmal alle Filme durchzusehen, ähm, wo man sieht, 2001, was für eine andere Welt wir einfach hatten, auch in denen wie Kameras eingesetzt werden und Special Effects, und dieses, man ist ja in vielen Action-Filmen und vielen Superhelden-Filmen, ist es ja wirklich, dass man die Orientierung verliert. Und selbst bei denen, die gut gemacht worden sind, ist eine gewisse Hektik drin, weil wir einfach diese zwei, drei Sekunden-Schnitte haben, ähm, und da, zu der Zeit war es einfach noch nicht, und ich mag's, dieses, für mich auch weiterhin, dieses sehr bodenständige, was die auch in den Netflix-Serien, ähm, drin hatten, nicht zu hektisch, das, das, das mag ich weiterhin, und das macht für mich die Serie sympathisch und sehr, sehr nahbar, was das Ganze angeht. Ähm, apropos Spider-Man, bevor wir dann weitergehen zum Rest der Episode, es gibt einen Mini-Mini-Hinweis darauf, dass, ähm, Hawkeye zeittechnisch nach Spider-Man No Way Home spielt. Okay. Ähm, in der Szene zwischen Jelena und Kate, ähm, sprechen die ja über die Sehenswürdigkeiten in New York, die sie sich anschauen wollen, äh, die sie sich anschauen möchte. Ja. Und da sagt sie, die, äh, neu ausgestattete Freiheitsstatuhr möchte sie sich ansehen. Ja. Und die ist erst quasi nach Spider-Man fertiggestellt worden, ähm, oder kann nur dann fertiggestellt worden sein, was für uns nochmal ein Hinweis darauf ist, ist, wann's zeitlich spielt. Wir haben's jetzt hier im Winter und Spider-Man spielt im Sommer und das passt her, von der Zeit, vom Zeitversatz her richtig gut zueinander. Also, äh, das, was wir hier sehen, ist dann alles ein paar Monate nach dem Ende von No Way Home, ähm, läuft das ab. Mhm. Ja, du könnt, bin gespannt, ob sich das bewahrheitet, wir werden es ja, äh, dann sehen. Ja. Am Ende haben wir dann nochmal, ähm, ein Treffen zwischen, ähm, Echo und Hawkeye, aka Dun Ronin in seinem Kostüm. Ähm, und er bringt sie ja dann erst auf den Trichter, dass, ähm, mit dem Angriff damals, den wir im Vorspann gesehen haben, irgendwas nicht so ganz richtig gelaufen sein kann. Und der Stefan schreibt im Chat hier, vielleicht gar kein Tippgeber, vielleicht steckte ja der Kasi oder wie er hieß ja selber im Kostüm. Hm. Ähm, das glaub ich nicht. Das hätten wir, glaub ich, schon eher mitbekommen. Ähm, ich kann mir vorstellen, das war, das ist auch eine Theorie gewesen, die überall im Netz rumgegangen ist, dass vielleicht Hawkeye das gar nicht gewesen ist, Clint, der in dem Ronin-Kostüm gewesen ist. Ähm, ich hoffe, er war es, weil das zeigt nochmal, wie weit weg er von allen guten Geistern war in der Zeit, als er als Ronin in diesen fünf Jahren unterwegs war, weil er einfach nichts mehr zu verlieren hatte. Und dass er auch dabei durchaus Fehler gemacht hat. Ähm, deshalb hoffe ich, dass die nicht eine 360-Grad-Wende da, ähm, einlegen werden und er war es am Ende vielleicht doch nicht. Hm, naja, wir werden es auf jeden Fall sehen und dann, wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen, haben wir natürlich dann am Ende den Knaller. Ja, und da hab ich ja dann wirklich, wir haben es ja schon vermutet, aber als es dann wirklich bestätigt war, dass, ähm, Vincent D'Onofrio als Kingpin dann eben wiederkommt, das war schon ein Knaller. Ja, also da hab ich so auf dem Sofa so wirklich so, yes, 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 yes. Weil ich hatte so ein bisschen die Sorge, ähm, dass wir das, dass diese Einstellung, das, was wir da sehen, dass das erst in der allerletzten Folge, in der allerletzten Szene im Post-Credit mehr oder weniger kommt und das dann so angeteasert wird auf eine mögliche zweite Staffel oder irgendeinen Film oder sonst irgendwas und dann, äh, musst du ewig warten. Aber nein, auch zusammen mit, ähm, Ereignissen in Spider-Man, nächster Cast, gleich im Anschluss, ähm, war das natürlich jetzt so eine Sache, äh, yes, 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 yes. Weil, wie du auch vorhin gesagt hast, ich ganz großer Fan von diesen, äh, Netflix-Serien bin, ganz besonders eben auch von Jessica Jones, äh, ganz großartige Serie, ähm, aber ich mag auch die anderen. Ich hab sogar ein kleines Herz für Iron Fist, ähm, äh, und ich mochte das Defenders-Ding auch okayisch, ähm, ich hatte auch mal meinen großen Spaß am Punisher, also alles, was, und beim Punisher bin ich normalerweise sehr, sehr, sehr kritisch, also alle Verfilmungen vom Punisher fand ich bisher immer so, ah, okay, mehr oder weniger so grenzwertig, aber hier fand ich wirklich eigentlich mit wenigen, die letzte Staffel Luke Cage, die hatte so einen kleinen Durchhänger, das stimmt. Aber ich mochte eigentlich im Grunde genommen dieses ganze Netflix, äh, Marvel-Ding und das Einzige, was mich daran immer gestört hat, dass es halt immer nur so, so tun durfte oder so, sich so rumlavieren musste, sind wir jetzt offiziell, sind wir jetzt nicht offiziell und das war halt dann teilweise ein bisschen nervig, aber jetzt, wo das halt zumindest in Teilen nicht mehr der Fall ist, hab ich fast Bock, die jetzt grad nochmal zu gucken. Ja, ich auch, total. Ich muss dir zustimmen, also, Daredevil, Jessica Jones und Punisher fand ich ganz groß. John Bernthal war für mich nie sympathisch, auch nicht in Walking Dead, als er da war, der war immer so ein bisschen das Arschloch, aber den Punisher, das war so ein Top-Casting, was die da hingelegt haben und so eine gute Serie auch im Vergleich und auch hochwertig geblieben in den zwei Staffeln, die die da durchgezogen haben. Das ist wirklich schade gewesen, dass, äh, dass Disney und Netflix getrennte Wege da gegangen sind. Ähm, dazu muss man ja auch immer wieder sagen, ähm, selbst Marvel war damals ja auch bei Netflix nicht das Marvel, was jetzt die Filme leitet, unter Kevin Feige. Kevin Feige, der Oberboss, der quasi das MCU aufgebaut hat, als Riesenproduzent, äh, dahinter und Fingerspitzen, äh, Gefühl, als eigentlich der, ähm, größte Produzent der letzten 20, 15 Jahre war, letzten 10 Jahre, ähm, der hat's aufgebaut. Aber, äh, die Serien, die vor WandaVision gekommen sind, sind noch von einem separaten Teil von Marvel Studios gekommen, äh, von der Marvel-TV-Abteilung unter, ich glaube ich, Joseph Loeb, äh, war er dabei. Ähm, die hatten so ein bisschen vor, eigentlich dieses It's all connected Thema mit reinzubringen, hatten aber auch ganz schön Krach darum, wer am Ende die Führung da übernimmt, sodass, äh, letztendlich die Serien gar nicht mehr so viel machen durften, um eine Verbindung mit den Filmen herzustellen, weswegen wir auch diese komische Situation dann am Ende hatten, dass gewisse Sachen nur angedeutet worden sind, aber nie mit reingekommen ist. Ich meine, in den Netflix-Serien war ja das große, ausschlaggebende Event auch der 2012er Battle of New York, den wir da hatten. Ansonsten, The Incident wurde der ja da genannt, ähm, ansonsten haben wir ja eigentlich fast gar nichts davon gehört, außer irgendwann mal wieder, äh, der große Grüne, das große Grüne Monster und so, was, was ja eben quasi jedem Zweiten, Marvel in jeder zweiten Marvel-Produktion dabei war. Ähm, also das hatte schon seine Gründe und jetzt wurde die ursprüngliche Marvel-TV-Produktion aufgelöst, äh, weil sie auch nicht mehr gut, äh, Kohle verdient hat und dem MCU unter Obermods Kevin Feige einverleibt. Deshalb sind wir jetzt an den Punkt gekommen, wo, äh, warum Filme und Serien immer mehr miteinander vernetzt werden und wie auch große Stars in den Serien drin, äh, haben können, ne? Also, das jetzt einfach nur mal wieder, wir haben es, glaube ich, schon oft genug in unserem Podcast, den er auch dieser, in diesem Umfang erklärt, äh, für alle, äh, die vielleicht auch neu dabei sind. Ja. Ja, Michael, dann würde ich mal sagen, haben wir noch eine Folge vor uns, nächste Woche vor Weihnachten, pünktlich zu Weihnachten ist es dann zu Ende. Es kann sein, äh, liebe Gemeinde, dass wir dazu nicht extra einen Stream machen, sondern dass wir kurz was aufnehmen und dann die sechste Folge, äh, nur als Cast besprechen. Das werden wir sehen, weil wir wollen ja auch mal in Ruhe Weihnachten feiern, ne? Und wir wollen euch natürlich auch die Gelegenheit geben, an den Feiertagen mit euren Lieben das zu verbringen, auch wenn wir natürlich eure liebsten Online-Streamer sind, das ist natürlich völlig klar. Äh, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal einen Däumellein nach oben da. Vergesst nicht, die entsprechenden Channel zu abonnieren, sofern ihr da unterwegs seid. Ähm, ganz viel geht auf Twitter und auch ein bisschen auf Instagram. Aber wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf Podcast Addict oder auf iTunes. Dort könnt ihr nicht nur Sterne hinterlassen, sondern auch was schreiben. Und da freuen wir uns natürlich immer sehr, genauso wie über Feedback an diese Folgen. Die schreibt ihr am besten an info at nerdizismus.de oder ihr schickt eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht an die 01525 964 7709 oder natürlich auf unseren Discord nerdizismus.de slash Discord. Hier geht's jetzt im Stream nach einer kurzen Pause gleich weiter mit unserem Spoiler-Talk zu Spider-Man No Way Home. Wenn ihr das als Podcast gehört habt, dann am besten nochmal in euren Podcatcher gucken, denn da wird eine zweite Folge drin liegen mit dem entsprechenden Spoiler-Talk. Wer noch nicht in Spider-Man war, wir haben auch ein Spoiler-freies Review dazu gemacht. Ich hab's schon mal umdekuriert. Ja, genau. Ich sollte hier auch mal die Farbe jetzt wechseln hier. Zack. So machen wir das. Und in diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten. Alle, die im Stream sind, dranbleiben. Gleich geht's weiter. Und alle, die es als Podcast gehört haben, wie gesagt, schaut einfach in euren Catcher. Da findet ihr die zweite oder eine weitere Folge von den Hero Nerds. Und in diesem Sinne, macht den Jort bis die Tage. Tschüss. Ciao. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.